Hallo zusammen, ich bin Matze, euer neuer Fußball-Trift-Kultur-Pate. Wie ich gehört habe, seid ihr gerade in der Schule am Lernen. Ich freue mich über meine neue Aufgabe und finde es natürlich schade, dass ich nicht persönlich bei euch sein kann. Corona-bedingt, ihr kriegt das ja am eigenen Leib zu spüren, was das bedeutet. Nichtsdestotrotz kommen mit Sicherheit auch wieder bessere Zeiten. Wenn es gegen Sommer geht, schaue ich auch gerne mal bei euch vorbei. Und ja, bis dahin, lernt schön fleißig weiter und übt noch ein bisschen, damit ihr mir, wenn ich dann da bin, alles zeigen könnt, was ihr gelernt habt. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis bald.